Konflikt. Welcher Konflikt? If you want peace, you must do something. Ich glaube, wenn junge Menschen gewalttätig werden, dann muss man zunächst die Frage stellen, was steht dahinter? Ich glaube, es geht darum zu schauen, was fehlt diesen jungen Menschen. Wo ist die Wurzel ihrer Aggressivität? Und dann kann man beginnen, den Konflikt aufzuarbeiten. Das heißt, zunächst einmal den jungen Menschen helfen, das auszusprechen. Das Leid, das in ihnen ist, auszusprechen. Ja, zu sagen, dass sie sich einsam fühlen, dass sie sich nicht angenommen fühlen, dass sie keine Chance im Leben haben, dass sie das erzählen. Wenn man das erzählt, dann ist das schon eine erste Befreiung. Diese Aggressivität muss in eine positive Kraft umgewandelt werden. Und das gelingt eben, indem man diesen Kontakt aufbaut, Hoffnung aufbaut, Zuversicht schenkt den jungen Menschen, dass ein Weg sich öffnen kann. Die Schule schenkt die Situation der Gesellschaft. Und die Stress, die Kompetition, die Strive zu verdienen, all das hat einen Schaden auf die jungen Menschen. Und gleichzeitig, ich glaube, sie verlieren affection, weil meistens die zwei Eltern arbeiten, und es gibt niemanden zu sprechen. Also, es accumuliert Stress und Tension inside den jungen Menschen. Und dann, sie, weil sie das in die Schule gehen. Die Lehrer müssen diese Konsequen und helfen die jungen Menschen auch mit den Tensionsen, die in ihnen sind. Aber gleichzeitig, ich denke, dass jede junge Generation entwickelt neue, kreative Erfahrungen. Wir haben nie so viele Schulen gesehen, die Kinder lernen zu sein, als Mediator zu sein. Es gibt viele Schulen in Österreich, wo die Peace-Education werden immer mehr und mehr wichtig. Sie haben die Peace Weeks. Sie versuchen, die realen Fragen der jungen Menschen zu reagieren, die vielleicht Fragen von internationalen, aber auch Fragen von ihren eigenen, und die Tensions within sich. Wenn die Kosovo in der Kosovo war, da waren große Tensions in der Klasse, weil sie wurden von acht nationalen. Die Wissenschaftler sagte, wir schauen uns auf die Geschichte des Balkans. Es gab es Zeiten, die wir zusammenarbeiteten. Wir entwickelten unsere eigene Kultur. Es gab es Zeiten, wir hatten Krieg. Sie wollen Krieg oder Krieg? Und sie sagten, Krieg. Dann die Lehrer sagte, wenn Sie wollen Krieg, Sie müssen etwas tun. Sie reflektieren, und sie kamen mit zwei Proposalen. Eine Proposal war, dass sie die Flomark und sie gaben die Geld für die Kinder, aber sie gaben auch ein Konzert. Und von der Geld, die von dem Konzert kam, sie senden die Geld nach Serbien, zu einem hospital, wo die Menschen waren, die von den Bomben der NATO haben. Sie sehen, sie haben etwas wichtiges für beide Seiten. Die Kinder von Serbien und die anderen von Kosovo, von verschiedenen nationalen backgrounds, die in der Krieg waren, für eine positive Projekte. Und sie kamen aus der eigenen Initiative. So, ich denke, das ist sehr wichtig, zu helfen, zu bringen die Initiative, die creativität der jungen Menschen und zu helfen, zu verstehen, dass es diese Power in ihnen ist, diese Peace-Bilding Power, which, our society does not help them, does not teach them. zu denken, dass sie sich die soeignisse, die Menschen und zu helfen, die Menschen in ihrer Zukunft zu helfen, die Menschen haben. Untertitelung des ZDF, 2020